Innsbruck braucht die besten Lösungen und der Vergleich macht sicher. Innsbruck hat eine erstklassige dynamische Entwicklung über die letzten sechs Jahre zu verzeichnen und die Weichen sind für weiteren Aufstieg der Stadt, für gute wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verhältnisse gelegt. Christine Opitz-Plörer hat in den letzten Jahren sehr an Schwung und an Erfolg noch zugenommen und so ist es für mich klar, für eine gute Zukunft der Stadt, für weitere schöne Projekte Christine Opitz-Plörer zu wählen.